Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Peaceful Warrior. Mein Name ist Daniel, auf dieser Podcast gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst da in meinem Leben passiert. Und heute ist wieder ein Gast hier bei mir zu Hause und zwar der liebe Jay, JJD. Und ich habe ihn eingeladen, weil er für mich auf jeden Fall eine inspirierende Persönlichkeit ist und außerdem meiner Meinung nach einer der Menschen, die ich kenne, mit dem größten und besten Herz. Und deswegen habe ich ihn heute hier. Und ihr kennt das ganze Spiel ja schon, bevor er sich selbst so ein bisschen introducen darf, kriegt er von mir ein paar Fragen gestellt. Und zwar kriegst du jetzt Was-wäre-wenn-Fragen und du musst so, ohne groß drüber nachzudenken, einfach darauf antworten. Okay, aber erstmal muss ich diese Introduction verdauen. Es ist auf jeden Fall eine Ehre, hier zu sein. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega. Das Interview von uns ist jetzt zwei Jahre her fast, ne? Auf YouTube. Wie schnell die Zeit vorbeigeht, ne? Unglaublich. Okay. So. Bist du ready? Ja. Was wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest? Ich würde gerne meine Oma sehen. Am besten morgen schon. Ich habe fast gedacht, dass du das sagst. Was wäre, wenn du wüsstest, dass du nur noch drei Tage zu leben hast? Uh. Was wäre dann? Also, ich würde, glaube ich, ganz viele dumme Sachen machen, wo ich mir mal gedacht habe, machst du die lieber nicht. Ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass meine Familie, meine komplette Familie, ein finanzielles Polster hat und die nächsten Jahre, Jahrzehnte gut durchkommt und damit ich quasi da diesen finanziellen Teil abdecke. So würde ich da gerne was in dem Bereich machen. Jetzt ein bisschen simpler. Was wäre, wenn du dein Handy verlieren würdest? Auf der einen Seite würde ich mich hart abfacken, wegen Geschäftsdingen halt so, aber auf der anderen Seite, glaube ich, würde ich mich mega freuen, weil ich dann einfach frei bin. Was wäre, wenn du eine Woche lang ganz alleine auf der Welt wärst? Das ist eine Traumvorstellung. Ich würde das so gerne haben. Also wirklich. Also einfach mal alleine sein. Nichts hören. Einfach nur mit sich selbst beschäftigt sein und in sich gehen. Sachen machen, die einem selbst Spaß machen. Wirklich nur mit sich sein. Das wünsche ich mir. Das wäre auf jeden Fall mal nice. Nice. Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest? Ich würde meinen damaligen Ich sagen, dass ich das machen soll oder sollte, schon relativ früh, das, was mir am Herzen liegt und weniger auf bestimmte Ratschläge von Menschen hören, die einfach gesellschaftsgesteuert denken. Und die allerletzte Frage, finde ich eigentlich sehr passend zu dir. Was wäre, wenn du plötzlich ein Star wärst? Uh, ich würde es genießen. Ich würde es mega genießen, aber ich würde es nicht irgendwie ausnutzen, sondern ich würde schauen, dass ich damit natürlich meine Reichweite ausbauen kann und etwas Gutes auf der Welt zu tun. Was ich eigentlich auch als meine Lebensmission ansehe. Okay, cool. Ja, das war es auch schon. Schöne Fragen. Die kleinen Was-wäre-wenn-Fragen. Ja, jeder kriegt es eigentlich unterschiedlich. Manche sind immer gleich. Was mit dem Handy zum Beispiel. Ja. Und komischerweise, alle sagen ähnliche Dinge. Ach, krass. Ja. Also alle sagen sowas wie, sie würden sich abfacken, aber auf der anderen Seite wäre es befreiend. Total. Ist eigentlich ja interessant, weil, warum, wir können uns ja einfach befreien, theoretisch. Eigentlich schon, aber es steuert einfach ein, ne? Ja, voll. Komplett. Okay, jetzt haben die Leute dich so ein bisschen deeper schon kennengelernt. Jetzt darfst du aber noch mal kurz sagen, wer du bist, was du machst und so weiter. Okay, okay, okay. Du hast mich ja gerade echt schon krass vorgestellt. Mein Name ist JJD. Ich bin Sänger, Rapper, Producer, Engineer. Hier und da modele ich auch mal ein bisschen. Ich drehe Videos und bin ein Teil des Production Duos von OMG Wild Beat. Und zur Zeit konzentriere ich mich aber eher auf Musikproduktion und versuche da halt eher, ja, meinen Weg in der Musikindustrie in Deutschland und halt international irgendwie zu finden. Übrigens, Leute, OMG Wild Beat ist ja immer verlinkt in den Shownotes und die Beats, die ihr immer am Anfang und am Ende der Show hört, die sind alle von JJ. Yes. Kurz zur Info. Also, wenn euch die Beats gefallen, schaut auf jeden Fall in den Shownotes vorbei. Dann könnt ihr mal reinhören. Und, ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Ich hab's zu danken. Und wir werden jetzt eigentlich total aktuell über unser Thema sprechen, was wir gerade bei einem gemeinsamen Projekt haben. Das passt eigentlich sehr gut, dass es jetzt am Ende der Woche sozusagen schon ist. Und für alle, die gerade nicht so genau wissen, was abgeht, wir arbeiten gerade zusammen in einem Projekt. Das ist ein HIPAA-Projekt. Das nennt sich Roots & Roots, Wurzeln und Wege. Und ich glaube, du bist sogar im Vorstand, ne? Ich war bis letztes Jahr im Vorstand. Vielleicht kannst du kurz sagen, was Roots & Roots ist, was die machen. Klar, also Roots & Roots ist ein Projekt, ein internationales Projekt, was junge Künstler unterstützt im Bereich Medien, Tanz, Musik, Schauspiel mittlerweile halt auch. Und versucht dann halt irgendwie Menschen auch aus ganz Europa irgendwie zusammenzudrehen. Es sind unterschiedliche, ich glaube, mehr als zehn Länder sind in dieser Organisation mit eingebunden. Und es finden immer regelmäßig unterschiedliche Workshops statt, die dann dazu führen, dass man halt Performances hat. Und halt auch, ja, sich dementsprechend halt irgendwie anderweitig inspirieren lässt. Und von unterschiedlichen Künstlern dann halt irgendwie, ja, sich, ja, ich würde jetzt nicht sagen beeinflussen, aber halt die schon einen dann auf einen anderen Ast halt auch irgendwie bringen. Und dass man von gegenseitigen Synergien halt irgendwie profitiert. Ja, das Allerwitzigste ist, auch ein witziger Zufall, wir haben uns ja eigentlich durch das Projekt kennengelernt, ne? Ja, 2008. Ja, das war richtig crazy. Unglaublich. Wie lange das schon her ist, ne? Zwölf Jahre. Krass. Ja. Wenn es mal zurückrechnet, okay. Ja, wir haben jedes Jahr bei diesem Projekt ein bestimmtes Thema, was wir bearbeiten. Ich war damals nur als Teilnehmer bei Roots & Roots dabei, zweimal genau hier. Und danach war ich dann auch als Coach dabei. Relativ früh. Ja, ich habe mit 17, war ich in der Peer-Coach-Ausbildung, mit 18 das Projekt gemacht dann. Und seitdem, also du gibst ja schon Kurse, seitdem du 15 bist oder so. Naja, Unterrichtsgen tue ich seit ich 15. Unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Unglaublich. Aber auch so, da rein gerutscht einfach, ne? Ja, aber du musst auch sehen, wie viele Menschen du jetzt einfach dadurch, dass du das jetzt machst, was du machst, damit irgendwie inspiriert hast. Und vor allen Dingen halt auch die Jugendlichen, die zu uns ins Haus kommen, wie viele Jahre die mittlerweile tanzen einfach, weil die das bei dir halt irgendwie gesehen und erlebt haben und du die halt da durchgeführt hast. Das ist schon echt krass. Ja, ich bin auch happy darüber. Besonders, ähm, es war ja erst unsere eigene Crew, dann die zweite Crew mit Tuba und allen. Und, ja, so eine ganze Generation, so einen Generationswechsel halt mitzumachen und so eine Crew nochmal von Grund auf mit aufzuziehen. Ja. Klar, die erste Gruppe war so meine Crew, die man dann so aufgebaut hat und man hat viel falsch gemacht. Und mit der zweiten Crew ging es halt doppelt so schnell, auch mit den Erfolgen und so. Und es ist aber trotzdem, abgesehen von den ganzen Erfolgen, ist es trotzdem das Beste einfach, dass die, hast du einfach, die wirklich halt richtig prägst, ne? Also zum Beispiel, das beste Beispiel ist einfach Tuba, so wenn sie irgendwie was hat oder einen Ratschlag braucht, so dann kommt sie heute noch zu mir, obwohl sie jetzt nicht mehr aktiv am Braten ist, ne? Und, ähm, das ist einfach ein ganz großes Vertrauen, so da. Total. Und das ist schon mega. Du bist ja von Grund auf die Bezugsperson, weil du, also man muss sich das ja so vorstellen, also für die Zuhörer, ähm, dass man nicht nur coacht, sondern es ist, äh, es ist eine Prägung der sozialen, äh, Kompetenzen an sich. Also man, das heißt, dass man komplett eingebunden ist im, im Leben der, der Jugendlichen, sag ich jetzt mal, und da halt auch einen sehr hohen Stellenwert hat und dementsprechend hat man halt auch eine echt große Verantwortung und, ähm, die bleibt auch fürs Leben. Man ist irgendwie immer der Coach dann, ne? Man kommt gar nicht mehr raus aus der Rolle, ne? Ja, das braucht man auch nicht mehr. Man ist, man bleibt für immer der Coach. Das ist echt heftig. Aber voll schön. Ja, mega. Weil der Respekt auch, also der Respekt, man merkt das ja alleine schon, wie die, äh, dann mit einem kommunizieren, das ist einfach eine ganz, ganz andere Umgangsform. Es ist so respektvoll und so achtend halt, so, ne? Hochachtend. Es ist, aber ich finde, das ist auch was mega Besonderes, gerade bei uns hier so im Krea Jugendclub, dass das untereinander so ist, halt, ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist, glaube ich, nicht in allen Jugendzentren so, ähm, dass da wirklich eigentlich noch diese Werte, die auch in der Hip-Hop-Kultur weitergegeben werden, da noch so gelebt werden, ne? Richtig. Hier so im kleinen Reefrat, so. Wir leben das von Grund auf, sag ich jetzt mal, ne? Also bei uns im Haus ist halt wirklich alles und vor allen Dingen halt auch die Synergien, die sich zwischen den Coaches entwickeln, das ist, weiß nicht, ey, Daniel kenne ich jetzt schon, wie gesagt, seit 2008 und ich könnte mir halt echt ein Leben nicht mehr ohne dich vorstellen, so süß gesagt jetzt, aber, ähm, das ist Tatsache. Also für mich gibt's keinen Tanzcoach, keinen anderen Tanzcoach außer dich. Dabei mache ich hier gar nicht mehr so viel mit Tanzcoach. Also ich bin gebrandet. Ja, gebrandet, zack. Ja, und dieses Jahr haben wir tatsächlich ein spannendes Thema, was ich auch ziemlich, ziemlich passend finde, gerade auch für das Jahr 2020, ähm, das Thema Angst. Und, ähm, ich war überrascht, was für Ängste bei den Jugendlichen im Kopf sind, weil ich zuerst, als wir im Teammeeting gesessen haben, und ich gedacht habe, da wird nix kommen, so. Ich dachte mir so, vielleicht sind die, beschäftigen sich nicht damit oder zu oberflächlich oder, ähm, ähm, Ja, ich hab einfach wirklich nicht damit gerechnet, dass da solche Sachen rauskommen, wie da rausgekommen sind. Und, ähm, ich würde dich gerne mal fragen, was hat dich am meisten, ähm, ja, mehr oder weniger geschockt, oder was ist dir so im Kopf geblieben bei den Ängsten der Jugendlichen? Was ich halt sehr verblüffend fand, ist, dass die Jugendlichen eigentlich dieselben Ängste haben, die, also ich als Erwachsener, sag ich jetzt mal, der irgendwie im Leben steht, in Anführungsstrichen, ähm, das ist ja immer Ansichtssache, die ich auch habe. Und vor allen Dingen halt auch wirklich voll traurig finde, dass die halt in dem, in dem Alter schon so einen Leistungs- und Gesellschaftsdruck haben. Also das hat, das hat mich total getriggert irgendwie, weil ich mich halt, wenn ich mich an meine Jugend erinnern, erinnere, ist es halt echt so, ey, mir ging's eigentlich gut. Also die einzigen Probleme, die ich vielleicht hatte, ist, dass ich irgendwie eine Mathearbeit verhauen habe oder so, oder irgendwie schweren Herzens irgendwie, ähm, abserviert wurde und nicht das Mädchen haben konnte, was ich haben wollte. Man hat sich zwar hier und da schon Gedanken irgendwie über das Leben gemacht, aber es war halt, ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass ich so einen Gesellschaftsdruck hatte und so einen Leistungsdruck. Ich war zwar auf dem Gymnasium und wo Leistung eigentlich gezählt hat, aber es war irgendwie immer einfach, es war irgendwie leichter. Voll, also ich habe das auch, ich bin auf jeden Fall genau bei dir. Ich hatte auch nicht gedacht, dass die Jugendlichen die gleichen Ängste haben, wie wir auch, oder die ich auch selbst. Ich stand da ja im Kreis und ich habe auch gesagt, ich kann alles nachvollziehen, was ihr gerade sagt. Ja. Und dieser Druck, schulisch gesehen oder auch gesellschaftlich gesehen, was, was glaubst du, wo kommt das her? Ich habe ja die Befürchtung, dass es, also das halt auch echt viel über die sozialen Medien halt, solche Ängste halt aufgerufen werden, also Konkurrenzgedanke. Man sieht halt, wie weit einer schon ist, irgendwie mit 17, 18 irgendwie schon Geschäftsmann oder Geschäftsfrau und man möchte halt irgendwie mithalten und ich weiß, die Reformen ändern sich ja auch irgendwie ständig. Jetzt auch mit der Pandemie, man konnte jetzt nicht mehr ordentlich in die Schule gehen, das heißt, man musste von zu Hause arbeiten, das heißt, schon relativ frühes, selbstständiges Arbeiten. Das ist, also, das ist ja echt, das ist echt nicht einfach. Vor allen Dingen ist es ja, also, ich habe das selbstständige Arbeiten in der Schule, habe ich quasi erst in der Uni gelernt. Also, dass ich keinen Stundenplan hatte und ich musste mir dann halt alles selbst irgendwie da zusammenwürfeln und so. Und da fing es halt an für mich so, oh, okay, gut, willkommen in der Realität. Also, die erfahren das ja total früh. Das hat auf jeden Fall alles, also, die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, die ist einfach komplett anders. Wir haben ja, also, wenn ich überlege, unsere Generation, also, wir müssten eigentlich wie Zombies rumlaufen. Weißt du, was ich meine? Wir haben von Walkman, Discman, Fotoapparate, Kameras und alles Mögliche, ist jetzt alles in einem Phone, jetzt auf einmal tragen Menschen Masken, wir haben soziale Medien, das heißt, man kann sich innerhalb von ein paar Sekunden mit seinen Liebsten auf der anderen Seite der Welt irgendwie unterhalten. Also, ich glaube, das macht schon irgendwie, also, für uns ist es irgendwie, ich glaube, die Folgen werden wir erst später erfahren. Aber die heutzutage, die werden ja bombardiert. Also, es ist ja alles da. Wir mussten uns das ja irgendwie wohl oder übel irgendwie alles selbst beibringen. Also, so irgendwie ein Lexikon. Wir mussten wissen, wie Rechtschreibung geht. Und heutzutage, also, das waren jetzt ganz banale Sachen, aber irgendwie, weißt du, wie ich das meine? Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass die, vor allem, weil es auch so schnell geht, also, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre so sich anguckt, wie schnell alles passiert ist und wie schnell die Sachen gewechselt sind. Und jedes Jahr gibt es neue Sachen. Alleine, wenn du dir die Keynote anguckst, jetzt kommt das iPhone 12 demnächst raus. Und ich weiß, ich bin seit dem iPhone 2G dabei. Oh, krass. Und das, also, die entwickeln, also, mir kommt das halt nicht so lange her vor. Heftig, oder? Ich kann mich noch daran erinnern, als damals Base das krasseste war, weil du eine SMS-Flatrate hattest und nicht mehr getippt hast. Und dann immer gucken musst, dass du nicht zu viele Zeichen verwendest, damit es nicht zwei SMS werden, die Kosten, weißt du? Ja, krass, das gab es ja auch noch. Und jetzt ist das halt so, WhatsApp, du kannst ja, du schickst ja einen ganzen Film, ist egal, so, weißt du? Und auch dieses, dieses, das alles in, es gibt so viele Sachen, die laufen in einer Flatrate, so, weißt du? Wodurch auch Dinge an Wert verlieren, ne? Total. Und das ist ja nicht nur bei Handys so, sondern es ist dann bei Urlaub so, Leute fahren all-inclusive-Restaurant, all-you-can-eat-here, China Palace um die Ecke, immer auf Ball. Ja. So, dabei ist das eigentlich so ein krankes Konsum-Daten, was du, du brauchst ja gar nicht so viel essen. Das ist ja voll krank und das wird aber so als selbstverständlich irgendwie angesehen, ne? Leider. Und wir mussten halt uns echt viel erarbeiten und was ich halt auch nicht verstehen kann, ich weiß noch, wie hart es für mich war, Breakdance zu lernen, weil es gab kein YouTube und wir kannten hier niemanden. Das heißt, wir haben die Moves irgendwo, da eine DVD, dann war da ein paar Sekunden ein Move, dann hast du tausendmal zurückgespult. Ja. Und jetzt ist eigentlich das ganze Wissen da, aber die meisten nutzen das gar nicht, die machen daraus überhaupt nichts. Genau. Also, total. Wenn ich mich daran erinnere, als ich das Produzieren angefangen habe, ich glaube, ich war 14 oder so. Also, wo soll ich das Wissen herbekommen, ne? Einfach ausprobieren, machen, okay, dann hat man irgendwie vielleicht ein Buch, dann guckt man kurz mal nach, aber wirklich dir sagen können, wie das irgendwie funktioniert, geht das ja auch nicht. Und wir hatten halt irgendwie nicht keinen, also ich hatte keinen Coach irgendwie im Jugendzentrum oder sonstiges. Und ey, das ist heutzutage, du gibst einfach ein das, 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 Tutorial, du hast es einfach. Also, eigentlich könnten wir heutzutage alles. Können wir auch. Also, ich lerne so viel über das Internet. Eigentlich fast alles, was ich mir beigebracht habe, selbst die ja Podcasts machen, habe ich gelernt von YouTube. Also, es gibt auch gar keine Entschuldigung für etwas nicht wissen oder nicht können, so finde ich. Irgendwie nicht, ne? Aber dennoch kommt so oft diese Aussage, ich kann das nicht, wenn du Leute unterrichtest. Und damit kann ich echt auch schwer umgehen. Also, bei mir ist dieser Satz im Unterricht auch immer verboten. Ja. Die Kids dürfen das nicht sagen. Ja. Das heißt immer, ich kann das noch nicht. Aber ich kann das nicht, darf nicht gesagt werden. Ja, es ist, das ist, ja, total. Da muss man ja eigentlich ignorant sein, ne? Und das irgendwie nicht, also, jeder kann es kurz eingeben bei YouTube oder bei Google und dann diese Informationen quasi herausfinden. Ich bin ja der Meinung, dass es in der Schule ein Fach geben müsste, wo man den Umgang mit Internet und sozialen Medien lernt und behandelt. Definitiv. Und zwar nicht nur so, wie mache ich die perfekte Instagram-Story, sondern wie gehe ich auch damit vorsichtig um, ne? Total. Es wird, so viel wird besprochen in der Schule und so viele verschiedene Dinge, so zum Beispiel, jeder lernt auch im Unterricht mal was über Drogen zum Beispiel, ne? Es gibt eine Aufklärung über Drogen. Ja. Und wie du das dosieren solltest oder eben nicht oder dass du es am besten gar nicht anpacken solltest, ne? Ja. Und genau das brauchen wir eigentlich auch für Social Media. Total. Weil die Leute sind ja so fixiert auf Social Media und es ist so, wenn das von heute auf morgen wegfallen würde, dann wird es ja richtig spannend werden. Ich war ja so gespannt, was hier daraus wird mit den EU-Datenschutzrichtlinien und Mark Zuckerberg. Hast du das mitbekommen? War das dieses Paragraph 13? Ja, das war nochmal was anderes, aber das war jetzt vor kurzem. Mark Zuckerberg, Facebook, WhatsApp und Co. geben ja die Daten von uns einfach weiter die ganze Zeit an den amerikanischen Geheimdienst und so. Das ist ja deren Konzept, euer Geschäftsmodell. Und die EU hat aber gesagt, nee, das passt uns nicht. Die Richtlinien sind nicht EU-konform. Ich möchte, dass ihr das anpasst. Also deswegen muss ich das jetzt immer bestätigen? Oder haben die das schon geändert? Kann sein. Aber Mark Zuckerberg hat einfach gesagt, nee, mach ich nicht. Und wenn es halt hart auf hart kommt, schaltet er es für den europäischen Markt ab. Was? Und dann wäre es ja richtig. Also dann wäre es so, das wäre für mich so spannend, was dann passieren würde. Weil was würden die Leute machen auf einmal? Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Vorstellung. Ich glaube, da würde so einiges zusammenrechnen. Und ich bin ganz ehrlich, mir wäre es egal, wenn Instagram weg wäre. Ich habe ja lange Zeit da, zwei Jahre lang wirklich viel Content produziert, habe richtig Gas gegeben und mir eine Reichweite aufgebaut. Und so langsam habe ich da keinen Nerv mehr drauf. Also es ist mir so egal, mittlerweile. Klar poste ich dann noch und ich bin auch, ich habe auch ein paar Follower, die echt auch super treu sind sozusagen. Und viel auch positives Feedback geben, oft liebe Nachrichten schreiben, das ist alles cool. Aber selber Social Media konsumieren, tue ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Ich bin voll bei dir. Allerhöchstens finde ich was, YouTube schon, aber auch nur, weil ich da gezielt dann suche. Genau. Ich gucke nicht das an, was gerade auf der Explore-Page vorne ist. Richtig. Und dieses ganze System musste ich aber auch lernen, so Social Media Detox-Mäße. Ich habe das in der Corona-Lockdown-Phase so extrem gemerkt, dass ich angefangen habe, bei Facebook wieder zu scrollen und solche Sachen. Ach krass. Und ich glaube auch, viele Leute merken das dann irgendwann gar nicht mehr. Dir fehlt dann das Bewusstsein, überhaupt zu merken, okay, ich benutze das gerade viel zu viel. Also ich habe das bei mir so eingestellt, dass ich höchstens zum Beispiel bei Instagram höchstens eine Stunde am Tag drin sein kann. Ach krass. Und dann bekomme ich halt eine Mitteilung von wegen, es sind schon eine Stunde drin. Und du weißt gar nicht, wie schnell so eine Stunde halt umgeht. Also es ist unglaublich. Aber das hilft mir. Ich merke halt selbst, dass ich mittlerweile gar nicht mehr, also noch nicht mal eine halbe Stunde drin bin bei Instagram pro Tag. Ich mache wirklich nur meine Posts. Genau, das war's. Das war's, dann gehe ich wieder raus. Ist natürlich nicht gut für den Algorithmus. Weil man muss ja immer mit dem Algorithmus da mitschwingen. Aber, ganz ehrlich, ist doch jetzt auch egal. Die Leute, die dir folgen und die interessiert an deinen Sachen sind, die bleiben auch dran. Ja, und ich finde aber Instagram auch zu kurzlebig. Ja. Also ich finde es viel, also gerade Podcast finde ich ein megacooles Medium. Ich wundere mich, warum ich damit nicht früher angefangen habe. Und YouTube halt, weil du halt mindestens ein Video hast, was zwölf Minuten geht. Richtig. Und die Leute lernen dich auch ganz anders kennen und nicht nur so oberflächlich. Ja. Und Instagram ist halt extrem oberflächlich. Ich finde, man bekommt auch viel zu schnell einen falschen Eindruck. Ja. Ich habe ganz, ganz oft gehört, wenn ich Leute live getroffen habe dann, so auf der FIBO oder so oder auf irgendwelchen Events von Brickletics, haben mir die Leute gesagt, boah, du bist in echt viel sympathischer. Ach, krass. Weil ich würde eher arrogant und eingebildet rüberkommen. Finde ich überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich, weil ich dich kenne. Ja. Ja. Ich habe auch schon gehört, dass ich auf Instagram eher wie so ein Fuckboy wirke. Finde ich jetzt nicht. Aber vielleicht ist einfach, hat man generell, vielleicht wenn man Fotos macht oder so. Ja, du hast halt dann diesen Model-Stempel so ein bisschen. Und ja, und deswegen wird man direkt, also wird das direkt an die Oberfläche gespült. Ja. In die Tiefe kannst du ja nicht gehen. Also du kannst halt nur durch solche Gespräche halten. Aber ich finde auch, dieses Medium-Podcast passt super zu dir. Das ist auch eigentlich echt so, das ist ein bisschen gut, also bist ein Typ dafür auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wo das hingeht so mit Podcast. Aber naja, ich hatte einfach mega Bock darauf und deswegen habe ich es einfach angefangen. Finde ich super. Das ist informativ und ja, man kann halt in die Tiefe gehen. So, noch eine Frage zum Thema Angst. Ja, bitte. Und das habe ich auch meine Schüler im Workshop gefragt, weil unser Video beschäftigt sich auch mit dieser Frage letztendlich im tieferen Sinne. Wenn du vor etwas Angst hast, wie gehst du damit um? Also ich kann mir vorstellen, dass jeder das Gefühl kennt, Angst vor irgendetwas zu haben. Und jeder hat ja auch so richtig tiefe Ängste. Und da wird es ja interessant. Also mir ist jetzt, ich meine jetzt nicht so etwas wie, ich habe jetzt Angst vor Spinnen. Und du kannst dich nicht überwinden, diese Spinne wegzumachen. Sondern wirklich eine tiefe Angst. Und wenn du so eine Angst verspürst, wie gehst du damit um? Schiebst du das weg? Vergisst du das? Was ist da deine Methode? Boah, das ist unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel, oftmals mache ich das so, dass ich versuche, das irgendwie in meinen Songs irgendwie zu verarbeiten. Oder einfach in den Beats, die ich dann halt irgendwie produziere. Dass ich versuche, das Gefühl irgendwie reinzustecken. Und dadurch, dass ich das dann im Nachgang dann höre, das Bild das dann quasi ein besseres Gefühl gibt. Und vielleicht mich sogar aufhängt. Und mir vielleicht zeigt, okay, so schlimm ist es gar nicht. Und lass uns einfach machen so. Also quasi das, was ich produziere, reicht mir quasi die Hand und fühlt mich da durch. Aber es gibt auch manche andere Ängste, wie zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt in den letzten Jahren extrem klaustrophobisch geworden. Also extrem. Ich hatte das früher halt so ein bisschen, aber mittlerweile ist es echt so. Kurz für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Was ist das, klaustrophobisch? Das ist, wenn man Angst vor Enge hat. Also wenn man Angst in engen Räumen hat. Also wenn ein Raum zu eng ist und es ist kein Fenster drin oder man hat keinen Ausweg oder sonstiges, dass man sich dann, also dass man das Gefühl hat, dass man ersticken würde. Und das ist auf jeden Fall was Tieferliegendes. Also ich versuche halt, also ich bin kein Psychologe, aber ich versuche natürlich auch in mich zu schauen und herauszufinden, wo das herkommt. Und vor allen Dingen, weil es einfach in den letzten Jahren so extrem geworden ist. Wir sind, ich bin letztes Jahr, Ende des Jahres bin ich mit dem Bus von Köln nach England gefahren. Und da kommt man mit dem Bus ja in diesen Zug, der dich dann über, ja, drüber fährt, von Belgien aus. Ist das der, der dann unter Wasser läuft und so? Genau. Oh ja, das passt. Und das war dann für mich so, ey, ich komme hier nicht mehr raus. Und der Zug war auch voll eng, das heißt, und der Bus war vollgepackt. Ich habe, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich keine Luft mehr bekomme und ich musste mich selbst beruhigen. Also ich musste wirklich atmen, habe meine Augen geschlossen und habe mir halt echt vorgestellt, ich so, okay, schlaf einfach ein, versuch zu schlafen. Ich habe versucht, mit mir selbst zu reden und zu reden. Und dann bin ich irgendwann mal Gott sei Dank angeschoben. Weil viele Ängste halten eigentlich auch einen, also mich, oft davon ab, vielleicht ein Risiko einzugehen, was für mich eigentlich besser wäre. Also ich habe, ich bin da auf jeden Fall voll bei dir und ich habe das genau so gemacht mit, das Ding ist aber, die Angst ist bei mir dadurch nicht behoben. Und eine meiner größten Ängste ist, Dinge nicht kontrollieren zu können. Oh ja. Und ich wollte halt auch herausfinden, woher kommt das. Ja. Und bei mir hat es dann funktioniert mit einer Meditation zum Thema Urvertrauen. Oh. Und die gehen dann, in dieser Meditation geht es dann darum, diese Angst zu finden und sein Urvertrauen wieder zu bekommen. Und in dieser Meditation bin ich dann tatsächlich auf diese Idee gekommen, wo das herkommt. Und das ist eine total banale Geschichte. Recht. Und die, diese Angst hat mich so oft, so oft hat die Probleme gemacht, beruflich. Ich kann, ich bin überhaupt kein Teamplayer, weil ich möchte mich auf niemanden verlassen. In Beziehungen auch Katastrophe, weil gerade zwischenmännliche Beziehungen, du kannst halt niemanden kontrollieren. Das stimmt. Also konnte ich auch niemals vertrauen. Mhm. Und ohne Vertrauen ist jede Beziehung zum Scheitern verurteilt. Weil du machst dich irgendwann, schiebst du dir die größten Filme und du machst dich einfach nur noch fertig. Total. Und die Geschichte, ich erzähle sie mal ganz kurz, ist, boah, da war ich, auf jeden Fall war ich noch in der Grundschule. Okay. Wie alt ist man in der Grundschule? Sechs, sieben, acht. Sechs, sieben, acht, ja. Ja, und ich hatte damals einen Hasen, so ein Kaninchen. Und sie hieß Hilde. Hilde. Ja. Und Hilde hatte so eine Zahnfehlstellung. Dadurch hat die sich nie die Zähne abwetzen können an so einem Stein. Normal machen das Kaninchen, aber weil die überzüchtet sind, kann es passieren, dass sie so eine Zahnfehlstellung haben und dann können die das nicht mehr. Und die vorderen Steinezähne haben wir immer selber geschnitten. Und die hinteren Backenzähne kannst du aber nicht selber schneiden, sondern das musst du immer in einer Vollnarkose machen. Ach krass. Das Problem ist, ein kleines Kaninchen, so ein kleiner Organismus, überlebt nicht so viele Vollnarkosen. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo du halt sagen musst, okay, das macht keinen Sinn mehr. Das heißt, wegen der Zahnfehlstellung sind die dann mehr oder weniger zum Sterben verurteilt. Oh Gott. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Unser Tierarzt hat das damals so gesagt. Aber die Sache war halt die, ich kam von der Schule aus nach Hause zu Fuß und ich habe schon das Auto von meinem Onkel vor der Tür gesehen. In dem Moment habe ich schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist so früh, warum sollte der hier sein, der müsste in der Firma sein, so und so. Und ich bin dann rein, in die Tür und gucke rechts in mein Kinderzimmer rein und der Hasenkäfig ist weg. Und der Hase wurde halt eingeschläfert und meine Mutter dachte, sie tut mir einen Gefallen damit, wenn das passiert, wenn ich nicht da bin. Und das Gegenteil ist aber der Fall, weil ich hatte halt null Handhabe und ich konnte mich auch nicht verabschieden. Ich konnte auch nicht damit abschließen. Und da war mein Ursprung dieses Verlangen nach Kontrolle. Das ist total plausibel. Und das ist eigentlich so eine kleine Sache aus der Kindheit. Ja. Und vielleicht kommst du auch irgendwie darauf, was es bei dir sein kann. Vielleicht muss ich diese Meditation auch mal machen. Ich kann das mal raussuchen, aber dann schicke ich dir das. Hast du das alleine gemacht oder in einer Gruppe? Ich war YouTube. Ich war YouTube. Ich liebe YouTube. Ja, krass. Das ist mega interessant. Vor allen Dingen, ich meine, das ist ja dann, dann müsstest du aber eigentlich auch Verlustängste haben. Ja. An diesem ganzen Ding mit Kontrolle hängt ja im Endeffekt noch viel mehr dran. Weil das ist ja dann bei allen Dingen. Du hast Angst, die Kontrolle zu verlieren über deinen Job. Dann magst du, dann ist es in Beziehungen so, durch Verlustängste. Genau. Auch so eine meiner schlimmsten Vorstellungen ist so, wenn meine Eltern nicht mehr da sind. Ich weiß gar nicht, ich denke jetzt so, ich bin jetzt 28 und denke mir so, muss man nicht bald alt genug sein, sich genug abgekapschert zu haben, aber es geht gar nicht so. Das wird nie passieren. So, richtig kranke Vorstellungen einfach. Und ich glaube tatsächlich auch, dass etwas damit reinspielt, warum ich zum Beispiel kein Fan von Alkohol bin, weil du da ja auch einen Kontrollverlust erleidest. Genau. Und das Problem ist, ich mag das halt auch nicht bei anderen Menschen, wenn die einen Kontrollverlust erleiden. Mhm. Also da hängt es einfach an dieser kleinen Geschichte und an dieser kleinen Angst hängt so viel dran. Ja, das ist echt krass. Aber es ist total plausibel. Also wenn... Ja, es ist total schrecklich für ein Kind, sich nicht verabschieden zu können und irgendwie... Es war halt so, als wäre er nie da gewesen, weißt du? So, von jetzt auf gleich. Und vor allen Dingen können das Erwachsene ja dann auch nicht so nachempfinden, weil die Emotionen von einem Kind sind ja nochmal viel, viel, viel ausgeprägter. Ja, ich habe meiner Mama die Story erzählt, also jetzt kann sie das schon verstehen. Aber, ja, das war... Ja, das war zwar gut, das zu wissen, weil wenn du das weißt, dann weißt du zumindest, wo es herkommt. Und viele Probleme, die man auch selber mit sich hat oder im Außen, sind ganz, ganz oft meiner Meinung nach immer Dinge, die ein Mangel an Wissen sind. Ja. Wenn du nämlich weißt, wie du dann damit umgehen kannst, dann hast du ja schon eine ganz andere Handhabe. Das stimmt. Das stimmt total. Aber vor allen Dingen das, was innen ist, also die einzige Möglichkeit, darauf zuzugreifen, ist man ja selbst. Und das ist, Entschuldigung, das ist ja auch total schwierig, weil viele wollen es ja auch nicht. Genau, nicht jeder möchte sich damit überhaupt konfrontieren. Und da kann man gerade auch den Bogen ziemlich gut schlagen zu Social Media, weil du auf Social Media ja ein Image und eine Figur von dir erschaffen kannst. Richtig. Die all diese Ängste nicht hat. Und genau das habe ich am Anfang exakt so gemacht. Ich hatte vor zwei Jahren, wo ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich eine schlimme Trennung auch so. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber jedes Mal, man versucht halt immer gut gelaunt zu sein in Videos. Weil man merkt, die schlecht gelaunten Videos und die Depri-Sachen kommen nicht an. Und dann ist so, die Kamera geht an und du schaltest um auf dieses andere Ich. Ja. Und in der Zeit, wo du dieses andere Ich spielst, bist du frei davon. Stimmt. Das ist so richtig strange. Und da habe ich selber so die Erfahrung gemacht. Und jetzt so circa von einem Jahr habe ich damit aufgehört und habe gesagt, nein, du machst jetzt nur noch authentische Sachen so. Ja, du machst ja aber auch viele nachdenkliche Dinge, wenn du zum Beispiel da dich filmst, wenn du im Wald bist oder krankst. Ja, mittlerweile wieder. Aber eine lange Zeit habe ich damit viel Pause gemacht und nur noch so Fitness-Sachen und so gemacht. Weil ich gemerkt habe, dass es nicht so gut ankommt. Und diese Fitness-Sachen, das ist halt eine Rolle, die man hat. Ja, total. Ich meine, es ist, vielleicht meinten die Menschen damals auch zu dir von wegen, dass du sympathischer bist. Also live halt sympathischer bist. Weil die vielleicht halt auch eine bestimmte verletzliche Seite von dir kennengelernt haben. Ja, diese Verletzlichkeit. Also nicht jeder möchte sie ja preisgeben. Wer möchte schon irgendwie verwundbar sein? Und vor allen Dingen auf Social Media, ne? Man ist ja immer stark und man ist immer irgendwie, ist man weise. Man hat immer den richtigen Spruch zur richtigen Zeit. Aber Verletzlich, wer, also wer traut sich denn wirklich verletzlich zu sein und das preiszugeben, was gerade im Herzen ist? Das ist, das ist auch nochmal eine ganz, ganz andere, ich würde jetzt sagen, Stärke und Schwierigkeit gleichzeitig. Weil auf einmal bist du verletzlich. So, hä? Wie? Warum ist der jetzt traurig? Warum klärt er das nicht so mit sich alleine? Warum muss er jetzt online gehen und darüber sprechen? Wo ist die Waage? Ich glaube tatsächlich, gerade auf Instagram kannst du das nicht machen. Nee, geht auch nicht. Also du darfst, du darfst das einfach nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache das mittlerweile. Ich habe zum Beispiel vor, boah, als das mit Corona und sowas alles anfing, habe ich einen ganz schlimmen, ähm, eine ganz schlimme Schlägerei unten mitbekommen, wo halt auch die ganze Straße da war und den Menschen gefilmt haben und ich der Einzige war, der dann runtergerannt ist und die dann auseinandergehalten hat und die Polizei mich dann racial geprofilt hat und mich quasi als Täter dann so quasi dargestellt hat. Also das waren dann so Sachen, wo ich mir gedacht habe, nee, das muss ich jetzt preisgeben, weil mich das wirklich tatsächlich verletzt hat. Und, ähm, also ich erstmal verletzt darüber war, dass Menschen keine Courage zeigen und einfach zusehen und filmen, wie Menschen sich da kaputt schlagen quasi, beziehungsweise ein Mensch einen anderen, der auf dem Boden liegt und dann noch zutritt. Ähm, das war für mich total absurd. Und dann noch dieses Racial Profiling, das war für mich dann so, okay, gut, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ich muss das jetzt irgendwie mit meinen Followern teilen, damit die einfach sehen, okay, gut, es ist nicht alles schön und munter irgendwie in meinem Leben und ich versuche dann halt auch, manchmal halt auch, ich bin jetzt nicht der politischste Typ, aber ich versuche schon irgendwie mein, mein Statement, beziehungsweise meine, meine Haltung irgendwie preiszugeben. Ähm, und das ist, ich finde das ist total wichtig. Ich habe jetzt nicht nur die größte Reichweite, aber die Reichweite, die ich habe, möchte ich schon dafür nutzen, dazu nutzen, um irgendwie Menschen meine Persönlichkeit und meine Ansichtsweise irgendwie, ja, zu zeigen. Weil es kann ja auch sein, dass es inspiriert und es mehr Menschen gibt, die dann halt dadurch angesteckt werden und vielleicht anders denken oder versuchen halt irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen. Ich kriege auch immer total viele Nachrichten, wo mir Leute schreiben, ey, das ist total toll, was du machst und mir ist das gar nicht so bewusst, aber wenn ich dann so eine Nachricht bekomme, ich weiß das so heftig zu schätzen und versuche dann halt einfach zu verstehen, mich dann in die hinein zu versetzen, weil wer weiß, was die für einen Tag gehabt haben oder wer weiß, was diese Menschen fühlen. Und wenn die dann sowas hören und sehen und merken so, okay, einer spricht es aus, was ist denen dann halt irgendwie, also das gibt denen irgendwie so viel und ich finde das total wichtig. Menschen mit Reichweite müssen, finde ich persönlich, müssen diese Reichweite nutzen, um irgendwie was zu bewegen. Weil warum hat man diese Reichweite? Sich meine selbst darstellen können, kann man sich immer irgendwie, aber... Aber das ist ja, das hängt ja dann, da hängt ja dran dann auch, dass man ganz, ganz viel Verantwortung hat. Total. Weil mal was, einfach nur gut aussehen oder gut gelaunt sein, viel Gewicht heben oder lustig sein, so Comedy, da ist ja nicht ganz so viel Verantwortung dabei. Weil du ja keine großartige Message hast. Richtig. Und ich glaube, viele möchten sich diese Verantwortung nicht aufbürden. Nee. Und ich kenne das auch mit dem, ich habe das einmal eine lange Zeit geteilt. Das war eine Phase, da ging es mir auch extrem schlecht. Und das haben meine Follower auch mitbekommen. Ich habe sogar dann so eine Zeit lang so Livestreams gemacht, wo ich jeden Morgen meditiert habe, um da rauszukommen. Weil ich, mein Ziel war, die Leute mitzunehmen auf dem Weg, wo es mir schlecht geht, bis dahin, wo es mir wieder gut geht. Voll schön. Und ich glaube, ich hatte um die 10.000 Follower. Und da hatte ich auch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die dann geschrieben haben, gib nicht auf und du inspirierst uns alle, wir brauchen dich, dies und das. Das war schon krass. Also dann siehst du auch das erste Mal, dass da Menschen halt hinter diesen Zahlen sind. Total. Und ich weiß noch ganz genau, dann waren die Fibo im Anschluss. Und mit einem, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber wenn du das hörst, du weißt bestimmt, wen ich meine. Er hat mir ganz viele Sprachmemos gemacht. Und es war so richtig, er hat mit mir gesprochen, als würden wir uns ewig kennen. Und er hat mir Mut gemacht und so. Und dann habe ich ihn später, haben wir uns auf der Fibo tatsächlich live dann gesehen. Und das ist dann schon eine coole Sache. Und ich glaube, so Verbindungen kriegst du nicht, wenn du nur oberflächlich bleibst. Aber du musst halt auch den Mut dazu haben, das halt zu machen. Ja, vollkommen. Und damals wusste, niemand wusste, was wirklich passiert ist bei mir. Das habe ich nicht geteilt. Das ist dann schon privat. Genau. Aber ich habe geteilt, mir geht es nicht gut. Richtig. Und am Ende habe ich aber auch genauso die Kommentare bekommen, wie du bist immer Depri, schon wieder sowas, die schweren Fragen des Lebens. Ich habe unter einem Workout-Video, das ist das erfolgreichste Video auf meinem YouTube-Kanal, steht, wow, so Workouts gefallen mir viel besser als die schweren Fragen des Lebens. Ach, echt? Ja. Und da stelle ich mir dann aber die Frage, okay, wie weit bringt dich denn dieses Workout? Vielleicht bringt es dich ein bisschen zum Sport und dies und das, aber das ist ja nur die Oberfläche, an der du kratzt so. Selbst über Sport oder über Musik. Es ist eigentlich total egal, welche Leidenschaft du hast. Du kommst immer mehr dann auch darüber dann in die Tiefe. Und das ist ja auch das, was ich zum Beispiel vermitteln möchte bei so Projekten wie diese Woche. Es geht ja nicht darum, die Choreografie zu lernen. Genau. Sondern es geht darum, sich künstlerisch mit etwas auseinanderzusetzen und um den Prozess. Und Kompetenzen natürlich halt auch irgendwie auszubauen. Ja, vor allen Dingen, wir mussten das ja relativ früh lernen, Verantwortung zu übernehmen. Aber sag das mal jemandem, der irgendwie sein ganzes Leben alles hinterhergetragen bekommen hat und für den das Leben quasi ein Ponyhof ist und bei Instagram seine 20.000 Follower hat und sich denkt so, okay, heute poste ich einfach mal meinen neuesten Like Air Jordan und zeige, wie fresh ich da aussehe. Er macht sich da nicht darüber Gedanken, aber du gehst natürlich dann in die Tiefe und sagst, okay, gut. Ja, und das sind auch da Fragen, die wollen die Leute sich nicht stellen. Wenn du die damit konfrontierst, ich habe ein Video, da rechne ich denen genau vor, wie viel Zeit du zu leben hast, wenn du nur fürs Wochenende lebst, wenn du einen Job hast, der dir nicht gefällt. Und das machen ja 90% der Menschenleben so fürs Wochenende, habe ich manchmal das Gefühl. Leider. Und ich glaube, am Ende kommt elf Jahre los. Elf Jahre zu leben. Unglaublich. Und das ist aber sowas, das möchten die Leute sich nicht angucken. Die möchten gerne lieber in ihrer Blase bleiben so und nichts davon ändern. Gestern habe ich ein Bild gepostet, da ist Steve Jobs, einmal jung, einmal alt. Und ich gucke mal kurz, ob es noch online ist. Und der Satz ist auch so ähnlich. Er ist nicht mehr da. Auf jeden Fall sagt er da so, dass du an den Wochenenden lieber dafür arbeiten solltest, dass du das Leben erreichst in der Zukunft, was du gerne haben willst. Ja. Weil dich am Wochenende zu betrinken, bringt dich nicht dorthin. Neu. Und ich denke, bei dir war es nicht viel anders, als bei mir, wenn ich daran denke, wie viele Stunden ich in diesem Tanzraum da drüben verbracht habe. Oh ja. Oder wie viele Stunden ich auch vom Computer verbracht habe, um zu lernen, wie man Videos schneidet zum Beispiel oder sowas. Und immer noch tust. Ja, und immer noch machen. Und nicht am Wochenende draußen war, saufen war. Wie viele Geburtstage habe ich nicht mitgemacht, weil ich am Wochenende gearbeitet habe. Ja. Oder wie viele Sachen habe ich auch abgesagt dann, weil ich so meine Ziele verfolgt habe. Oh ja. Und jetzt habe ich so ein, klar, ich arbeite immer noch viel, aber ich arbeite zu 90 Prozent, würde ich sagen, mache ich nur die Jobs, die ich machen will. Das ist genau richtig. Das ist die genau richtige Einstellung. Vor allen Dingen, also ich denke mir immer, wenn ich dann so Sätze höre wie, ach, du arbeitest zu viel, du machst zu viel. Also ich glaube, ich bin derjenige, der dann entscheidet oder der entscheiden sollte, wann dann ein Break kommt. Oder beziehungsweise mein Körper. Wenn ich das Gefühl habe, es ist noch nicht genug und ich gehe abends ins Bett und denke mir so, ey, nee, das und das muss noch getan werden und ich kann dadurch nicht schlafen. Machst du es lieber. Dann mache ich es lieber. Und ich denke mir so, ich bin lieber kaputt am nächsten Morgen und habe aber dieses Glücksgefühl von wegen, ich habe etwas getan, als dass ich morgens aufstehe und denke, nein, das muss noch erledigt werden. Ja. Also, ich weiß nicht, also ich finde schon diese Michael O, ein mittlerweile sehr guter Freund von mir und Künstler halt auch, den wir produzieren, der sagt immer, der macht immer den Hashtag Make is gonna make. Und wir haben heute Morgen telefoniert und der hat dann halt auch wieder erzählt, was er alles wieder macht und die Woche geplant hat. Und ich habe ihm das erzählt, was jetzt gerade bei uns los ist und er meinte so, ey, ganz ehrlich, das ist halt so, ne? Menschen, die machen und die ein Ziel vor Augen haben und es erreichen wollen, die finden auch im Leben, also die finden zusammen und machen das dann gemeinsam. Anders geht es nicht. Klar, man kann alleine kämpfen natürlich, aber ich profitiere gerade auch total davon, dass wir hier zusammen sitzen und über solche Themen reden können. A, es wird, also für mich ist es eine mega entspannte Situation gerade, weil ich einfach nur mit dir reden kann. Auf der anderen Seite wird es veröffentlicht und ja, vielleicht inspiriert das ja auch irgendwie jemanden da draußen. Es kann ja auch nur vielleicht eine kleine Sequenz sein, aber das, was man sich da rauspicken kann und es für einen selbst dann halt irgendwie verinnerlichen kann und das ist doch schon, das ist doch schon mal, damit haben wir doch schon mal was geschafft, oder? Nice. Boah, wir sind schon fast bei einer Stunde, deswegen. Was? Kommen wir jetzt mal zu den Instagram-Fragen. Ich habe ja eine Story gepostet mit dem Cover und die Leute durften Fragen stellen. Okay. Und du bist der Gast, der die meisten Fragen bekommt. Was? Ich bin gespannt. Und ich habe mal die Besten rausgescreenshottet und die besprechen wir jetzt. Okay. Okay, erste Frage, wie bist du zur Musik gekommen? Also wie kam es dazu, dass du Musik gemacht hast? Meine Familie war schon immer sehr musikaffin gewesen. Mein Vater hat im jungen Alter auch Bands gemanagt. Ich wusste nichts davon. Er hat aber einmal zu Hause ganz viel Musik abgespielt und mein Bruder, mein älterer Bruder hat gesungen. Und für mich war das immer klar, als ich, ich weiß noch, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich im Kinderwagen Kopfhörer anhatte. Das ist schon krank. Aber ich kann mich genau daran erinnern, dass man mich immer nur mit Musik ruhigstellen konnte. Und das war für mich überhaupt keine Frage. Ich musste Musik machen. Ich habe mit drei oder vier Jahren, habe ich mir meine eigenen Musikanlagen gebastelt und so. Und dann fing ich an zu singen. Und für mich war das immer so, okay, gut, das ist was Mystisches, das ist was Schönes. Und irgendwie, wenn ich einen Klang gehört habe und dann mein Dad die Platte aufgelegt hat und dieses Knistern am Anfang und dann kam der erste Ton, das war so, oh mein Gott. So was willst du auch machen? Und ja, und hab mich dann, sag ich mal, von da aus, hab ich mich selbst gepusht. Mein Bruder hat mich gepusht und ja, und somit ist das dann halt entstanden. Nice. Die ganze Musikgeschichte. Schöne Geschichte. Was ist Geld für dich? Bist du eher bescheiden oder der luxuriöse Typ? Und Geld hat für mich an sich keinen Wert. Also ich finde Geld, wir brauchen Geld, um irgendwie zu leben, um unseren Lebensstandard irgendwie zu finanzieren. Aber an sich ist es komplett wertlos. Ich habe mehr davon, wenn ich mit Menschen zusammensitze, die irgendwie mich inspirieren und von denen ich irgendwie was lernen kann, kreativ sein kann als alles andere. Und klar möchte ich natürlich in der Zukunft halt auch finanzielle Sorgen, also keine finanziellen Sorgen haben, um die Kreativität und die Kunst dadurch nach vorne zu bringen. Weil irgendwie auf der Welt ist, es ist halt so, wie es ist. Alles läuft mit Geld. Wenn du Geld hast, bist du wer. Und dadurch, dass ich halt was verändern möchte, geht es halt nur mit Geld. Und deswegen ist es einfach nur ein Mittel zum Zweck. Verstehe ich voll. Weswegen machst du Musik? Ich mache Musik, weil ich, weil das meine tiefste Leidenschaft ist und Musik steht über alles bei mir. Es hat mich mein ganzes Leben begleitet und es hat mich aus den schlimmsten Situationen rausgezogen, bewahrt halt auch vor vielen Sachen. Und deswegen hat Musik einfach den höchsten Stellenwert überhaupt und wird es auch immer haben. Woher kommst du? Ursprung, oder? Ich denke mal Ursprung. Ich bin keine Ahnung. Also Ursprung, das ist ganz lustig. Also es ist auf jeden Fall ein Wirrwarr. Ich sage jetzt einfach mal Angola. Es liegen noch viel mehr Roots dazwischen. Aber ich sage jetzt einfach mal grob Angola, weil es sonst echt zu kompliziert wird. Wie oft in der Woche machst du Sport? Nächste Frage. Das Ding ist, ich habe tatsächlich eine Zeit lang viermal die Woche Sport gemacht. Und seitdem ich Papa geworden bin, ist es wirklich zu null mal die Woche geworden. Also ich komme gar nicht dazu, weil ich jeden Morgen irgendwie um sechs Uhr aufstehe und dann abends dann halt irgendwie um zehn oder um elf zu Hause bin. Und ich schaffe das einfach nicht. Und ich möchte wieder abends, werde wahrscheinlich auch in den sauren Apfel weißen müssen und um fünf Uhr aufstehen und Sport machen. Weniger Schlag. Ja, genau. Erlebst du Rassismus, Diskriminierung im Alltag? Ja. Leider Gottes immer noch sehr häufig. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich immer mehr Menschen kennenlerne, die empathisch für diese Alltagsdiskriminierung sind. Und leider Gottes erlebe ich das noch viel zu häufig, aber ich versuche, die Menschen aufzukehren und irgendwie drüber zu stehen. Was will ich jetzt anderes machen? Ich finde das so crazy einfach. Ja, total. Ich verstehe das einfach gar nicht. Ja, es ist so strange. Ich kann dieses Gefühl, was dann Leute haben, die so Rassismus zeigen, ich kann das Gefühl nicht nachvollziehen, was die haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich sehe nicht den Unterschied so. Das ist das Problem. Verstehe ich einfach nicht. Genau, aber das ist halt das Problem, weil viele, ich werde halt immer daran erinnert, dass ich die Hautfarbe habe, die ich habe. Obwohl ich jetzt, also wenn wir jetzt hier gerade so sitzen, ist es mir total scheißegal, wie ich aussehe. Also jetzt welche Hautfarbe ich habe, ich renne gar nicht darüber nach. Aber sobald ich in gewissen Situationen halt gerate, wird dir gezeigt, du bist schwarz. Der Wert ist nicht der des Unseren. Und das ist halt echt hart. Und vor allen Dingen so, wie wirkst du entgegen? Was tust du? Wie erklärst du denen, dass wir alles Menschen sind und dasselbe Blut haben? Wenn die es nicht verstehen wollen. Ja, mega. Thema für eine eigene Podcast. Die ganze Folge. Yeah. Wie stehst du zum Thema Mindset? Zum Thema Mindset? Also, ich will jetzt gerade mal sagen, dass ein Mindset, ein gutes Mindset wichtig ist, weil das nämlich einen vielleicht auch durchs Leben trägt und eine bestimmte Motivation und vielleicht halt auch Ziele hervorruft, ne? Die man dann halt vielleicht so nicht bekommt oder hat. Und ein gutes Mindset ist natürlich auch wichtig, um diszipliniert zu sein für sich selbst. Also Disziplin. Wie du zum Beispiel bei deinem, bei deinem, bei deinem, bei deinem Sport, Disziplin, ähm, einfach weiter nach vorne zu kommen. Yes. Wie oft am Tag hörst du Rap? Puh. Es fängt morgens an. Es fängt morgens an. Wie oft hör ich es? Boah, eigentlich den ganzen Tag. Ja, eigentlich den ganzen Tag. Aber ich höre auch viel Soul. Sehr, sehr viel Soul. Jetzt witzige. Wie findest du Dias Form? Gut, oder? Super. Kannst du dich auch daran erinnern, als wir in Holland waren? Amsterdam. Ja, genau, in Amsterdam. Wir waren zusammen in Amsterdam gewesen. Und Daniel war halt in Top-Form. Und ich war damals auch noch viel, 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 viel schlanker gewesen. Und ich habe ihn da immer so beneidigt. Ich so, wie machst du das? Ah, das ist alles so perfekt. Das ist genetisch. Das ist krass. Ja. Ich war aber so ein Strich in der Landschaft. Dankeschön. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage. Wann kommt Money in the Bank? Ich habe den Song in deiner Story gehört. Nee, unter Feedpost sogar. Ja. Und ich habe diese eine Minute immer auf Dauerschleife gehört. Das freut mich. Ich weiß es nicht. Leute, schreibt mal bitte alle bei JJ auf Instagram. Er soll endlich Money in the Bank raushauen. Ich will diesen Song hören. Du bist ja der Erste, der ist erfahren, Bild. Ja, der ist, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht warum, der hat mich übelst gecatcht. Echt krass? Dankeschön. Das ist heftig. Der Stil, einfach mehr davon. Okay, cool. Echt. Werde ich machen. Voll nice. Okay. So, jetzt kommen wir zur Abschlussrunde. Und die Abschlussrunde sind Fragen von mir, nicht von Zuschauern. Und du kriegst fünf Fragen. Ja. Außer du redest zu lange über eine. Dann brauchen wir vielleicht nur drei. Okay. Und das sind alles Fragen, die so ein bisschen, ja, da darfst du ruhig ein bisschen nachdenken. Weil die sind jetzt nicht alle so ultra einfach zu beantworten. Und diese Fragen kriegt jeder Gast. Deswegen kann man immer so ein bisschen vergleichen. Okay, was sagt der eine, was sagt der andere? Ich bin gespannt. Okay. Wenn du eine Werbung schreibst.